Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Hepp, 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 hopp, 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 hopp! Oh, oh, eui, eui, ach! Mh, lecker! Haha! Na bitte, ist doch kein Problem, so ist es viel leichter! Hm, Muppi-Doo! Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich. Togolino hat den Ball. Gibt ihn ab. Der Ball kommt zurück. Und er übernimmt wieder. Und Schuss. Der Ball ist immer noch im Spiel. Togolino bereitet den nächsten Schuss vor. Und eins, zwei, los. Ja, direkt in... Ah, ins Gewächshaus. Oh, 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 oh. Ab ihn. Ja, er hat den Ball gehalten. Ein Wahnsinns-Spiel. Jetzt ist Togolino-Zeit. Das bin ich. Und los geht's. So, mal gucken. Wie geht das denn? Überraschung. Super Bild. Jetzt ist Togolino-Zeit. Das bin ich. Sieh mal, die Wolke sieht aus wie ein Bär. Ja, stimmt. Und guck mal, da fliegt ein Wolkenball. Dann kann der Bär ja mit dem Ball spielen. Das gibt's doch nicht. Oh, hast du das gesehen? Das ist ja toll. Oh. Das ist ja ein richtiger Ball. Hallo, Leute. Superschuss, oder? Spielt ihr mit? Ja, na klar. Jetzt ist Togolino-Zeit. Das bin ich. So, fertig ist mein Superflieger. Wie weit er wohl kommt. Wow. Ja. Nicht schlecht, Florina. Jetzt ist meiner dran. Guckt mal hier. Mit echten Turboflügeln. Super. Ja, genau soweit. Das schafft mein Flugzeug auch. Äh. Toll, oder? Oh. Ein Looping. Und sogar am weitesten. Toller Flieger, Kalito. Jetzt ist Togolino-Zeit. Das bin ich. Ah, Post. Ich schicke denn solche Post. Hä? Aha. Hä? Uh. Oh, cool. Hast du Lust, noch mehr coole Videos zu sehen? Dann tippe jetzt ein Video an. Viel Spaß und bis gleich. Dein Togolino. Bis zum nächsten Mal.